Broly Einfach Stämme weg Okay, der hat in der verwandelten Form auf jeden Fall andere Attacken. Das sind die Attacken, die bei den anderen Broly sind. Das wusste ich nicht. Das war's für mich. Und jetzt aber, ich weiß doch wo alle meinten, dass dieser Broly der krasseste Charakter ist. Und jetzt kommt DBS Broly und hat diesen Charakter einfach abgelöst. Immer für DBS-Verhältnisse war Broly immer noch krank. Sehr ein nicer Mod. Sehr gut. Danke. Danke.